Hallo, willkommen zurück bei Amnesia. Und ich bin wieder nicht allein. Ich schaff's auch immer wieder, einen Gast hier hinzukriegen. Hallo. Der Faps ist wieder da. Andere spielen, aber egal. So, hier hatten wir noch was zu erledigen. Hier war nämlich noch ein Fahrrad. Ich hab Angst. Oh, Schätzelein. Hier kommt noch nichts. Ich muss, glaube ich, erst mal die Tür aufmachen. Wäre eine Idee. Achso, die geht so auf. Hallo. Hallo. Was haut ihr die Tür auf? Ah, oui. Schade. Äh, genau. So. Blub. Machen wir mal zu. Nur zur Sicherheit. Zack. So, und dann wollen wir mal nach unten jumpen. Das leckt auch gar nicht bei mir, also... War das jetzt ernst gemeint? Nein. Okay. So. Hm. Hm. Fackel! Ach ja, den Hebel. Runter. Huh. An der Maschine muss noch mehr gearbeitet werden, bis sie funktioniert. Da ist doch, glaube ich, noch ein Hebel, oder? Wo denn? Links, oder? Oder auch doch, ne? Ich hab nix gesagt. Weil die Cola hab ich da reingemacht und... Neben den Hebel an der Cola hast du den schon runtergedrückt. Nein. Ich glaube nicht. Ah, jetzt brennt das Ding auch. Hm. Ich glaube, wir müssen jetzt wohl oder übel nochmal in den Lagerraum. Weil... Ach so, ja, die Stäbe. Was? Die Stäbe, oder? Ja. Oh nein. Lauf! Lauf, Forrest, lauf! Da-da-da-da-da-da-da-da! Ich hab gar nicht mehr so viel Angst. So. Alles klar. Professor Taylor war der Zweite, für dessen Tod er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Tja. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Ich will nicht in den Lagerraum. Hm. Ne. Ne. Was? Nichts. Tim kann die Monster besser. Ja, der kann auch ein Handy nachmachen, das vibriert. Ah, ah. Ja. Hier in irgendeinem Brief stand auch in der inneren Studie Wären noch irgend so ne Stäbe Ich weiß aber grad nicht, wo zum Henker die innere Studie ist Ich glaub, damit ist oben das Studierzimmer gemeint Ah, da war ich doch schon drinnen Ja? Ja, mit Freaky war das, glaub ich Ja doch, das war mit Freaky Hm, keine Ahnung Und wir haben die Räume da alle so weit durchgehabt, mein ich Hm Döp, 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 döp Beruhigungsmittel Ui, die brauch ich auch Das einzige, was ich da sehe Huu, Baldrian Okay Angst Oh Gott Nein, ich wollte die Fackeln nicht anmachen Das ist ne Laterne Ist mir doch egal Wir stapeln jetzt erstmal So Weil den Tipp, den hat mir der Freak Gamer Beziehungsweise Freaky Zock gegeben Dass man hier das Monster gut umgehen kann Wenn man die Türen einfach verrammelt So Hier Ging es runter Da ging es auch runter Hm Oh mein Gott, I have a bag of milky ways Ja Ja Kennst du das? Nein Oh Ich muss dir später mal zeigen Ja Ist von so einem Typ, der spielt auch Amnesia Und erschreckt sich dann Und der andere sagt dann in der Konfi Er hat eine Tüte voll milky ways Ah ja So Zur Sicherheit nehmen wir mal noch eine Weil die Monster sollen ja nicht durch Türen kommen Die nach außen aufgehen Wenn dann Kisten davor stehen So Ah, da ist noch ne Tür Und da ist dieses Riesenfass Genau So Need more Kisten Lauf Ich bin echt froh, dass ich keinen Sound hab Ja, sei froh Der Sound ist manchmal echt So Gut War hier noch ne Tür? Ja So Ich hab nämlich keine Lust auf Botstar Hallo Ventil ist zugerostet Musste man dann irgendwas mit den Stäben oder dem Bohrer machen? Oder so? Keine Ahnung Huh Die Flüssigkeit Ein Behälter ist nötig Okay Hast du nicht noch den Chemietopf? Ne Doch Doch Da Ja 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 Ich höre ja da und irgendeine Frau schreien und heulen Dann lass es schreien und heulen So Ventil ist zugerostet Bora Super 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 Kann ich den Muss ich das jetzt so oder so? Ja Ja Jetzt hast du glaube ich den Sprengstoff Ja Aufgenommen Explosivstoff Ja Oh Gott Die Mucke immer dabei Ich renne mal Hallo 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 Guck guck Ne da geht's wieder raus Da hab ich zugerammelt Lauf Oh Gott Ja Allerdings Darunter musst du glaube ich für die ähm Kommt ja genau Den Sprengstoff vorne ansetzen Und mit dem Stein drauf werfen Aha Huh Stell nichts zu sich daran Bla bla Schnappst du dir einen Stein Schmeißt drauf Und rennst dann die Treppe wieder hoch Das hat ja nicht so geklappt Nee Glaub nicht Das auch nicht Oh meine Lampe ist alle Oh Nudel Ja jetzt trete ich drauf und bumm Ja genau Wua Bäm Hey Mann ist das dunkel Ich brauch Öl Hallo Ich hoffe hier kommt nichts Ich weiß es nicht mehr Ich glaub aber da die Treppen runter ist ein Monster Da ist ne Kiste Ach was haben wir denn hier Laudanum Und äh Brennende Unterhosen Ja Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö